Also, stell dir vor, bei der normalen konventionellen Hitzeübertragung ist es eigentlich ähnlich wie beim Föhn. Das heißt, du hast deine Hitzequelle und die Hitze strömt unkontrolliert nach oben. Anders beim True Infrared Grillsystem. Dort bedient man sich einer Infrarotstrahlung. Das heißt, wir haben eine direkte Hitzeübertragung auf das Grillgut, kein Wärmeverlust und somit extrem saftiges Grillgut. Der große Vorteil ist also Strahlungshitze gegenüber Umlufthitze. Bei normalen Holzkohle- oder Gasgrills wird eigentlich nur durch heiße Luft gegart. Ganz anders ist es bei der Infrarotstrahlung. Da wird durch die Kombination aus Brennkammer, Brenner, der Emitterplatte und dem Grillrost in Kombination die stärkere Luftzirkulation verhindert und die direkte Hitzeübertragung gewährleistet. Je nach Produktlinie variiert das Design der Brennkammer, der Emitterplatten und der Grillroste, um bei jeder perfekte Grillergebnisse zu garantieren. Bei der Professional Line besteht die Emitterplatte aus Edelstahl, der Grillrost wiederum aus Gusseisen. Anders bei der Platinum Line, da bestehen beide Emitter und Grillrost aus Edelstahl. Bei der Performance Line haben wir eine Kombination aus Emitterplatte und Grillrost, welches emaliert ist. Und durch das besondere Design bleibt das Prinzip der Infrarothitzeübertragung erhalten. Was hast du nun eigentlich davon? Warum dieser Aufwand mit dem True Infrarot Grillsystem? Du hast zum einen eine Verhinderung des Aufflammens, sieht vielleicht toll aus, ist es aber überhaupt nicht. Zum anderen hast du eine sehr, sehr schnelle Temperaturentwicklung, das heißt deine Garzeiten verkürzen sich. Das wiederum, und das ist besonders wichtig in der heutigen Zeit, hast du einen deutlich geringeren Brennstoffverbrauch. Ist auch geil fürs Portemonnaie. Aber für uns als Griller steht natürlich an erster Stelle, wir haben immer und wirklich immer ein extrem saftiges Grillgut. Das wiederum, wir haben immer ein sehr, 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 sehr. Bis zum nächsten Mal.